Stell dir vor, du hast einen Strauch in deinem Garten, der hat all die Jahre nie geblüht, obwohl du ihn schön brav alle Jahre wieder zurückschneidest. Oh, Achtung, gerade das könnte der Fehler sein. Deshalb schauen wir uns in diesem Video drei Gehölze an, die im Herbst auf keinen Fall geschnitten werden sollten. Und wenn du bis zum Schluss dabei bleibst, dann verrate ich dir, wann du Stausen schneiden solltest. Hallo, mein Name ist Iris Winkenbach, ich bin Landschaftsarchitektin und Autorin des Blumenbeete-Buchs. Gerade im Herbst werden Sträucher, die im nächsten Frühjahr wieder schön austreiben sollten, zurückgeschnitten. Das frühzeitige Zurückschneiden von Gehölzen verringert die Gefahr, dass ihre Äste und Zweige bei starkem Schneefall unter der Last brechen. Doch bei folgenden Gehölzen lohnt es sich, die Schere erst ab Frühling zu zücken. Achtung bei Hortensien. Ein geeigneter Zeitpunkt für das Schneiden nachfolgender Hortensie ist das zeitige Frühjahr. Hortensien wie die Bauernhortensie und die Eichplatzhortensie legen den neuen Austrieb für das nächste Jahr inklusive der endständigen Blütenknospen schon im Vorjahr an. Sprich, Bauernhortensie heißt Hydrangia macrophylla. Das ist die Hortensie, die man eigentlich meiner Meinung nach am meisten sieht. Sie kann man auch teilweise in Töpfen vor Blumenläden kaufen. Und die Eichplatzhortensie, die heisst Hydrangia quercifolia, also Eichplatzähnliches Hortensie. Die erkennt man eigentlich sehr gut am Blatt, weil sie aussieht wie eine Eiche. Also nur das Blatt, nicht die Hortensie. Genau, also die haben schon im Herbst die Knospen dran. Also du kannst ja merken, wenn ein Strauch nicht blüht, schon klar blüht der nicht, wenn du die Knospe abschneidest. Der hat keine Zeit mehr, dann noch schnell eine Knospe zu machen, weil der macht das schon im Vorjahr. Und diese Blüten sind ja auch mega toll, das braucht halt eine Weile, um die zu produzieren. Wenn du sie radikal im Frühjahr zurückschneiden, dann blüht sie nicht. Also Frühjahr, Herbst egal, nicht radikal zurückschneiden, bevor sie blüht. Deshalb schneide nur das für Blüte ab, um den neuen Austrieb zu schonen. Also geh im Frühjahr hin, es lohnt sich die Hortensien im Frühjahr zu schneiden, und schneide nur das für Blüte ab. Also es lohnt sich auch, weil Hortensienblüten echt schön auch aussehen im Winter. Im Gegensatz dazu schneide bei der Schneeballhortense, also die typische Annabelle, also wirklich so Hortensien, die eine richtige Kugel haben, meistens Weiss. Es gibt auch so noch Rosa-ähnliche. Die, also es ist die Hydrangea arboreszenz, Annabelle oder Schneeball sind die bekanntesten Sorten. Die kannst du auch zeitig runterschneiden. Und auch die Rispenhortense, die Hydrangea paniculata, das ist die mit der Rispe, die ist mega innengerade und auch verdient innen. Also die blüht ich mich von Juni bis Herbst, Juni bis November oder so. Also im Zeitigen, also im Gegensatz dazu, bei der Schneeballhortense und der Rispenhortense, im zeitigen Frühjahr oder schon im Spätherbst, alle Triebe bis auf kurze Stummel zurückschneiden. Also ich verwende gerade die Rispenhortense sehr gerne in den Blumenbeeten, weil ich weiss, dass unsere Gärtner, die im Frühjahr oder auch im Spätherbst, die einfach zurückschneiden können und gut isst. Also ich möchte mal noch auf die Nachbarschaft von mir verweisen, die haben so einen Allrounder, der da arbeitet. Und das sieht man halt, weil diese Hortensie da noch nie geblüht, die Überbauung gibt es sicher schon seit fünf Jahren, noch nie geblüht. Weil die nicht wissen, wie man Hortensien schneidet. Du weisst es ja jetzt. Dann gibt es noch so Probleme bei Steinobst. Also Steinobst sollte am besten im Sommer, Juli, August, gleich nach der Ernte geschnitten werden. Wenn ich von Steinobst rede, rede ich von Aprikosen, Kirschen, Pflaumen oder Zwetschgen. Ihr Problem ist, dass die Wunden nicht verheilen. Im Vergleich zu anderen Gehölzen ist es kein Problem. Aber stell dir vor, bei Steinobst, ist nur bei Steinobst, wenn du da das zurückschneidest und die haben keine Wundheilung, dann kommen halt einfach im Winter durch, während das halt so ein bisschen in der Winterruhe ist, ist irgendwie dem schutzlos ausgeliefert und dann kommen Schadorganismen rein und dann entstehen Schäden, wie zum Beispiel Harzfluss oder abgestäubene Äste. Also nicht toll. Also Steinobst, Aprikose, Kirsche, Pflaumen, Zwetschgen. Achtung, nicht im Herbst schneiden. Also Hortense nicht schneiden, Steinobst nicht schneiden. Und, das ist auch noch ein Thema, sind diese Herausforderungen der immergrünen Trendsträucher. Ich nenne sie jetzt Trendsträucher, weil unsere Baumschule ist, also nicht unsere, aber die, die neben uns, also da wo wir einkaufen, die ist voll mit Fortinien und portugiesischen Kirschlorbeeren, die Leute lieben es. Und die vertragen aber den Schnitt im Herbst nicht immer gut, denn dann droht halt durch die Sonne und den Frost Schäden an der Rinde und den inneren Blattwecken. Falls ihr ihn gerne habt, der das gut versteht, den könnt ihr schon mal ein bisschen schneiden, dann macht ihr nur so kosmetische Schnitte. Auf was ihr da mit der Heckenschere kommt, das richtig zurückschneiden wollt, weil ja, schon seit fünf Jahren nicht mehr geschnitten, dann habt ihr ein Problem, weil wirklich dieser Schutz von den abgehärteten äusseren Blättern wegfällt. Und jetzt zum besseren Zeitpunkt, also entweder, jetzt gerade immergrüne Trendsträucher, lieber im Frühling schneiden oder im Spätsommer könnt ihr dieses Gehölz auslichten. So, übrigens, Stauden im Blumenbeet, da lohnt es sich, diese im Winter stehen zu lassen und sie erst, ich mache meistens so Anfang Februar, Ende Januar, die zurückzuschneiden. Ihr wisst ja, der untere Teil dieser Pflanzen, der überwintert und der wird dann geschützt durch das Blattwerk. Also das ist für die Staude viel besser, wenn ihr die erst im Frühjahr zurückschneidet. Die Vögel finden Schutz und Nahrung im Winter und wirklich, ich bin ja Landschaftsarchitektin, der naturalistische, vertrockene Look, der sieht meist super schön aus. Falls du jetzt in den Bergen wohnst, kannst du es auch zurückschneiden, weil dann der Schneelast ist wahrscheinlich dann zu groß, aber wenn du im normalen Mittelland lebst oder irgendwo in Deutschland, kannst du das locker stehen lassen. Gerne empfehle ich dir, für schöne Blumenbeete folgende 5 Unkräuter, die dein Beet zerstören, sofort zu entfernen.